Hallo zusammen, ich grüße euch im Namen des Herrn Joshua Maschia. Halleluja! So, wir sind wieder in Deutschland. Ich möchte heute kurz über unsere Mission in der Öffnwaldküste berichten. Halleluja! Joshua Maschia, danke für deine Liebe. Danke für alles, was du tust. Herr, danke, dass du uns nach Hause zurückgebracht hast. Also, danke für alles. Im Namen Joshua Maschia. Amen! So, ja, möchte bloß kurz mal über unsere Zeit in der Öffnwaldküste. Wir hatten eine Mission dort. Also, wir sind, Mission war im Zeitraum von 20. April bis 29. in Abidjan und in Yamusoko. Halleluja! So, für die Leute, die Öffnwaldküste also nicht kennen, das ist, die Öffnwaldküste ist in Afrika. Also, ich gucke mal, Öffnwaldküste, da können wir, genau, Öffnwaldküste nehme ich direkt in Wikipedia. Das kann man also drinnen sehen, genau, das ist dieses Land hier, da, hier liegt Öffnwaldküste. Deutschland ist da oben in Europa und Öffnwaldküste hier in Afrika. Halleluja! So, ein ziemlich großes Land. Dort spricht man also Französisch. Hauptstadt Yamusoko, Regierungssitz Abidjan. Und, ja, 322 Quadratkilometer von der Fläche und Einwohnerzahl knapp, ja, das ist seit 2021, aber ich gehe davon aus, knapp 30 Millionen Einwohner. So, wir waren eine Gruppe von, also die Missionaren sind aus verschiedenen Ländern gekommen. Da gab es also Geschwistern aus Belgien, aus Frankreich und ich war, also, aus Frankreich, aus Gabun, aus Senegal, Burkina Faso, einige Länder in Afrika. Also, es war, also, es war ziemlich, also eine große Gruppe. Ich war der Einzige aus Deutschland. Halleluja! Aber wir danken Joshua dafür. Es war so, also, es war so eine sehr schöne Zeit dort. Wir hatten, ähm, Bibel, Lehre dort, ähm, und ihr wisst schon, also, die Bibel sagt, geht in alle Nationen und macht sie, und macht sie zu Jüngern. Das war, das ist also eine, ähm, das war so von, von unser Herr Joshua Mashiach. Halleluja! So, und wir hatten Bibellehre und auch Konferenz, ähm, also Konferenz, Bibellehre und noch eine Konferenz in, äh, in Yamusoko. Yamusoko ist ungefähr zwei, äh, Stunden Fahrt, also von, von Abidjan. Halleluja! So, und, äh, für die Mission, also, ich war der einzige, äh, Deutsche dabei. Und, ähm, ähm, in Yamusoko hatten wir, ähm, Kleidungen verteilt, ähm, Essen verteilt. Ähm, es gab, ähm, es gab also eine Gruppe von, ähm, Witwen dort, die leben, die haben also so ein Haus und leben alle zusammen in der Nähe, in einem Dorf, in der Nähe von Yamusoko. Und sie sind, die waren dabei, hatten uns, ähm, die, ich hoffe, dass ich vielleicht also ein paar Bilder dabei habe. Die hatten, ähm, habe ich also Bilder von den Damen, war wirklich eine schöne Zeit. Es gibt also auf unserer Internetseite ein paar Fotos, also von, ähm, oder, oder Videos. Das kann man direkt, da drin, finden, genau. Also, die Zeit, also in Yamusoko, ich habe also ein Video gepostet, in, auf unserer YouTube-Kanal. Das kann man wieder hier finden, äh, auf YouTube. Dann kann man sich ja so ein bisschen, so ein Bild, ähm, davon machen, also, was, äh, was da, ich glaube, das war, welcher war das noch? In Yamusoko, genau. Da, hoppla, nicht so. Äh, das ist, äh, genau. Also, das kann man wieder hier finden, die Frauen, diese Damen waren dabei. Also, richtig, richtig schöne Zeit. Halleluja. Also, es war eine sehr schöne Zeit dort, in der Elfenballenküste. Wir hatten auch, äh, weißen Kinder, äh, so besucht. Ähm, sie haben, 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 sie haben. Es gibt, äh, ein Waisenhaus, mit, äh, den Missionaren, könnt ihr also Bilder hier, also ein Bild hier sehen. Also, hier ist also die Gruppe von Missionaren und hier die Kinder, diese Waisen Kinder. Da vorne gab es also vier Geschenke, Kleidungen, die wir dort verteilt hatten. Das ist diese, äh, in, äh, irgendwo in Begeville, in Abidjan. Genau. Und das haben wir, das haben wir, ähm, dort gemacht. Also, viel, wir haben uns also viel mit den Geschwistern dort in, ähm, in, in Yamusoko, in Abidjan, äh, unterhaltet. Und, ähm, Bibellehre gegeben und, ähm, die Witwen also besucht. Diese Witwen auch hatten auch, äh, Kleidungen. Wir haben auch Essen verteilt. Ähm, die hatten auch ein bisschen Geld bekommen, damit sie was auf die Beine bringen können. Ähm, ein bisschen geholfen. Und dort gab es sogar, also, es ist also eine kleine Gruppe, die treffen, die, 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 die leben zusammen, sind Christen, beten zusammen. Ähm, also wirklich eine schöne, eine schöne Sache, dort in Yamusoko. Und in Abidjan, ähm, war so, also, unglaublich, unglaublich schön. Ähm, ähm, Leute wurden geheilt, ähm, also Kranken geheilt, ähm, Dämonen ausgetrieben. Also, äh, viele, viele, viele Taufe. Es gibt auch schon Videos, äh, hatte ich das, ähm, auf YouTube kurz gezeigt, also wie, wie die Leute getauft wurden. Ähm, ähm, also, richtig schön, was wir dort also erlebt hatten. Halleluja. Ich zeige mal also ein Bild, äh, Video, also von der, von der Taufe. Wo ist das noch? Genau, hier. Taufe, ach, Werbung. Meine Güte. Immer. Kleinen Moment. Ich will das also wegtun. Ähm, also das findet ihr direkt auf unserer Seite. Das. Genau. Halleluja. Also, jeden Tag, ungefähr, äh, mindestens acht, also mindestens sechs Leute wurden, wurden getauft. Das ist, unglaublich schön gewesen. Halleluja. Halleluja. Die Preise in Jeshua Maschia. Amen. So, also, ich wollte kurz, äh, so ein Bericht über diese Mission machen, um die Leute auch, äh, zu ermutigen, ähm, solche, an solchen Missionen auch teilzunehmen. Also, ähm, sich im Geist, also sich vorbereiten, ähm, ähm, und auch finanziell vorbereiten. Also, äh, will sagen, äh, denkt bitte nicht, also, dass mein Flugticket, also, mit, äh, mit dem Geld, also, von, äh, von Verein bezahlt wurde. Nein, mein Ticket habe ich also selbst bezahlt. Und, ähm, also vor Ort, ja, natürlich brauchen wir also Hilfe von, äh, von Geschwistern, weil alles, was wir dort gespendet hatten, ähm, sinkt, also Spende aus, aus, äh, Belgien, also aus Frankreich, auch aus, aus Deutschland. Also, wenn ihr weiter an diese, äh, an solche Aktionen teilnehmen wollt, bitte auf unserer Internetseite, ähm, zurück zum Wort, genau, auf zurückzumwort.org und dort bei Spenden einfach auf Mission, ich zeige das. Ähm, also hier bei Spenden, dann gibt es hier, also Konto für die Mission und alles, was also auf Mission, weil alles, was hier Mission, also gespendet wird, wird auch für die Mission verwendet. Halleluja. Und ich wiederhole, ähm, Ziel ist nicht, also, dass wir unser Flugticket, also mit dem ganzen Geld, ähm, ähm, ja, bezahlen werden. Nein, 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 wir wollen in der Mission, dort vor Ort, wirklich die Leute, ähm, ermutigen, ähm, die Leute dienen. Halleluja. Und so und so ist es. Das ist also die Mission. Ich preise Joshua Maschia und danke dem Herrn für seine Liebe, für, für die Kraft, die er uns also gegeben hatte. Es war nicht einfach, ähm, aber wir hatten schöne Sachen wirklich erlebt. Wir sind ein paar Mal auf die Straße einfach so gegangen, ähm, sogar beim Einkaufen sind Leute gekommen, ähm, wollten, ähm, ähm, haben, also, äh, direkt, also der Prediger erkannt. Ah, sie sind das, also ich, 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 ich folge, also die, die Lehre auf YouTube und, äh, haben Fragen gestellt. Und, äh, wir haben, einige haben sogar auf, einfach so gespendet. Einige haben eine Bibel bekommen. Wahnsinn. Also, also, unglaublich, also was, was Joshua getan hat. Also die, die Befreiungen, also die, die Leute, die befreit wurden, die Dämonen, die ausgetrieben wurden, ähm, die, die Heilungen. Wahnsinn, 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 was der Herr dort getan hatte. Es ist wunderbar. Ja, und alles, was man auch, äh, äh, in solchen Missionen lernt, es ist wunderbar. Man lernt, also, äh, Geschwister, äh, kennen Leute aus verschiedenen Ländern. Das ist unglaublich schön. Ich preise Joshua Maschia. Ich danke Joshua Maschia für diese Gelegenheit, die er mir gegeben hatte, äh, dabei zu sein. Und, äh, es ist nur Gnade gewesen. Und, äh, ich danke nochmal Joshua Maschia. Und ich danke auch die Geschwister, die für uns gebetet hatten. Ich danke auch die Geschwister, die auch, ähm, gespendet hatten, die auch weiter für, für, für die nächsten Missionen, äh, spenden werden. Danke im Namen Joshua Maschia. Amen.